Herzlich Willkommen zur nächsten Folge. In dieser Folge können wir endlich mal das Gebäude mal erobern, bzw. beseitigen von den Banditen, die ja hier Handel treiben mit den Mutanten. Boah, der Zoom ist echt gut. Okay. So, genau. Das Gebäude fertig kriegen, hinten in der Ecke prüfen, ob man da rüber kann oder nicht, ob da was ist. Wenn nicht, Boote schnappen, nach oben fahren, Dreieck machen, das viereckige Gebäude machen und dann nach rechts letzte, ja, Insel machen und dann sind wir fertig. Ich glaube, da kommt schon Finale. Wahrscheinlich auf dem Boot, äh, U-Boot. Gut. Haben wir Messer? Ja, Messer. Nehmen wir. Wir müssen nur ganz vorsichtig reinkommen. Bombe. Direkt voraus. Hallo, hallo, wo ist die Bombe? Achso. Der Draht. Verstanden. Effektor. Nehme ich mit. Dankeschön. Noch was? Ja, reich zwingend. Man merkt schon, labern und spielen ist doch schwerer, als man denkt. Ohne Scheiß jetzt. Man denkt, das ist nicht so. Manche können es natürlich leichter als andere. Aber, manchmal lenkst du schon noch ein bisschen ab. Sag mal, ich wollte doch nur ausmachen. Fuck, 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 fuck. Das hier ist ein Problem. Nämlich. Wir können nicht über den Körper oder auch drumherum nicht so gut. Ist der festgestackt oder was? Ja, ja, der ist festgestackt. Aber doch, ne. So, den holen wir uns leise. Genau, kommen wir ja natürlich nicht zu nah, weil sonst schreit er los. Ist doch nicht gut für uns. Es ist so geil, eine schallgedämpfte Waffe zu haben, ey, wirklich. Diese ganzen Sorgen mit den Messern werfen, sie auch treffen und so. Oh, alles ist weg. Befreien wir die Monster von ihrer Qual. Weil, normal befreien geht natürlich nicht, weil, das sind halt Viecher, ne. Die werden uns dann sofort angreifen. Aber, what the fuck, wo würden wir denn hier hinkommen? Achso, außen rum. So haben die es gesagt, okay. Ist schon heftig, so eine Falle zu... Wacht mal. Geht er durch. Durch raus. Noch irgendwas. Sensor? Alles, Tonne. Okay. Oh, er hier. Schön alles ausmachen. Ich seh, nichts. So. Machen wir mal so. Ist der oben, oder was? Müssen wir aufpassen. Ich weiß nicht, wo die ganzen Tipis sind. Gehen wir erstmal hinten rein. So. Also, Schali gefällt mir. Auf jeden Fall, eine Gestaltung in der Software ist echt komplett geil. Ist alles viel leichter zu killen, voranzukommen, sich aus einer Scheiß-Situation zu retten und so weiter. Ist echt gut. Fuck. Oben? Unten? So. Laut. Geworden. So. Einmal Bedarf runden. Guck mal, Freund, wo seid ihr? Aha. Okay. Da ist einer dran. Gehen wir mal hinten rum. Musste sein. Sofort. Schnell. Das Ding würde uns später sonst riechen. Nee, das hört er. Ich hab das Glas nicht gesehen. Alter, ich war gerade so im Modesten mal, um einfach nur zu ballern, ey. Okay. Ganz ruhig bleiben hier. Mit dem Trigger, ey. Diese unterschiedlichen Rückstoße sind echt lustig. Ohne Scheiß, da war doch... Ich wollte gerade sagen, da war doch gar nichts. Alter, äh... Ich bild mir hier schon Sachen ein. Okay, gut. Unsichtbare Mini-Fenster. Verstanden. Jetzt wird sie crazy, ey. So, pumpt die Scheiß wieder auf. Und jetzt speichern wir. Ich hab keinen Bock, nochmal die Kacke aufzupumpen. So, wir können da runter. Das machen wir gleich. So. Ah, da gehen wir noch nicht hin. An der Tür steht jemand. Okay, pass auf dann. Wir müssen aufpassen, nicht, dass er den Köter findet, ne? Eep. Du's nicht. So. So. Come on, come on, come on, geh schneller aus, Junge. Zack. Zack. So. Safe. Yep. Da hinten ist noch einer. Den machen wir zuerst. Mal gucken. Vielleicht ist ja hier unten irgendwas. Eep. Come on, stop it, stop it, stop it. Das Kulke was tut. Keine Bomben, ne? Aha. Oh, scheiße, ich fange die ganze Zeit an schon zu jumpen, einfach weil's schneller geht. Aha. Und so würden wir rüberkommen mit der Seilrutsche. Verstanden. Aha. Und so können wir auch da runter. Oder hier rein. Okay, interessant. Und jumpen wieder halt. Mach ich die Scheiße durch. So. Da geh ich noch nicht rein. Okay, der ist da ganz hinten gekommen. Die Augen leuchten, ne? Holy shit, besessen oder was? Ach, das ist leer oder was? Eep. Spare ich mir weg. Keine Bock, dass ich nochmal den ganzen Weg hier hin gehen muss. Machen wir Nahkampf, sparen wir Munition. Danke dafür. So. Dann gehen wir noch hier hin. Okay, jetzt bin ich durch. Schade, wär cool gewesen, so richtig geil, das versteckt da hinten. So wird eine Etage rauf. Doch, chill. Oh, hier, jetzt kein Stress, ganz ruhig, Jungs. Fuck. Fuck. Scheiße. Okay, jetzt hört er sich beim Mund aus, oder was? Okay, jetzt hört er sich beim Mund aus, oder was? Nein. Nein. Was ist denn jetzt schwer? Scheiße. Andere Seite vielleicht? Ich glaube, andere Seite. Das ist zu gefährlich. Wenn ich, wenn ich ihn da kille, muss ich schnell genug handeln. Ich weiß aber nicht, was auf der anderen Seite wartet, oder ob da mehr sind, wenn ich das leise machen will. Das heißt, runter, andere Seite, dort hochgehen. Dann erst die Menschen wegmachen, und dann können wir am Ende den Hund wegmachen. Wir können natürlich leider die Hunde nicht, wie nennt man das, nicht trimmen, ähm, beruhigen. Soll ich uns nicht angreifen. Schade eigentlich. Heftig, wie schnell es leer geht. Man sieht uns. Gehen wir runter. Zu gefährlich. Oh. Ah, da oben. Ich wollte gerade sagen, jetzt, wenn da jemand hier unten was gefunden hätte. Oh, ganz vorsichtig hier mit aufstehen. Die waren wir noch nicht fertig. Fuck. Saven. Sehr schön. Manchmal muss es keine Logik geben. Hauptsache, es macht Spaß. Wäre schon heftig, wenn man für jede Fackel eine Animation hätte oder so. Boah. Da könnten wir durch. Das war diese eine durch. Ah. Ich weiß, wo wir sind. Alles klar. So. Mal gucken, ob da was ist, wenn wir da hinten sind. Scheiß Licht. Scheiß Licht. Ja. Ehrlich. Hm. Die hören Musik. Okay. Draußen lief ich ja noch nicht. Das bleibt am Ende. Wir springen kurz darunter. Um zu gucken, was da hinten ist. Zack. Okay. Nichts. Okay. So. Shit. Dann haben wir, glaube ich, keinen anderen Weg da rein, ne? Das ist jetzt scheiße. Da müssen wir wohl außen rum gehen. Boah. Aber was, wenn der da drinnen nach draußen guckt? Dann sieht er ja die Leichen. Boah, das ist jetzt eigentlich schwul. Dann müssen wir auf jeden Fall jetzt einfach schnell handeln. Egal, was passiert. Wenn dann Action passiert, wir haben schon viele gekillt. Das ist jetzt nicht so schlimm. Oh, fuck. Tut mir leid. Das war richtig gemein. Ich stelle mir das gerade vor, wenn man das so als Zuschauer sieht. Ich merke das ja, wenn ich das drücke. Oder zu spät da merken. Aber ich kann noch ein bisschen davor gewarnt sein. Aber ihr, ihr sitzt da so. Flashbang. Bang. Flashbang. Bang. Das ist so, wie wenn der Sound auf einmal zu laut ist. Boah. Boah. Direkt da draußen würde ich gerne durchschießen. Aber, ist dann zu laut. Auch durch solche Fenster. Warum auch immer. Das ist unsichtbares Glas. Extra. Sehr dünn und fein. So. Dann können wir uns jetzt die beiden hier vorne. Die Frage ist, wann kommt er. Die Lampe ist wenigstens aus. Fuck. Ja, was? Er kommt. Ja, gut, wenn er ein bisschen hierher kommen würde. Könnte ich ihm ein Messer holen. Das ist ja leiser als mit der Kugel. So. Weinst du wieder ein bisschen oder reicht das erstmal? Ganz ruhig hier mit deinen Kopfbewegungen. Ganz genau. Reicht mit der Pause. Weiter geht's. So. Hier pass auf, ziehen wir mit. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Ein. Alter, Model oder was? So, passt. Brauchen ist schlecht. Okay. Okay, okay. Da ist das Problem. Wieso bin ich immer noch sichtbar? Guck mal, ich stehe hier. Es ist dunkel. Bin sichtbar. Ist halt so programmiert. Da kann ich nichts dagegen machen. Das ist ein bisschen dumm, aber naja. Oh, hier ist was. Ich hätte hier kürzen können. Habe ich nicht gesehen. Da ist voll Licht in seine Fresse. Okay, geduldig. Hm, das bedeutet, die Brigade waren Lachowski, wie die, die Lachowskirchen. Und wir werden uns so einfach nicht nehmen. Wir werden sie alle wie ein bisschen stricheln. Ich glaube nicht. Na ja, hohe, wir kommen vor dem Fall, ne? Naja, du hast ja nicht so viel Handkapazität, alles gut. Noch nicht. Aber wenn der Moment kommt, dann seid ihr die schnellsten. Ja, du hast ja nicht gesagt, dass du sie verletzt hast. Ja, du hast ja nicht gesagt, dass du sie verletzt hast. Das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht. Ich hätte ihn nicht kennen sollen, da ist er schon wieder zu blutdürstig gewesen. Boah. Wie viel Glück kann man nur haben, holy shit. Der hat zu reden. Boah, das sieht cool aus. Wenn die John Wick mäßig oder was? Alter, aufhändschießen, so zack. Okay, 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 prima, prima, okay, ähm, links lang, hör auf mit dem Licht. Scheiße. Ja. Holy shit, haben wir gerade Glück. Also unnormales Glück. Ein Hoch auf den Cold. Beziehungsweise den Hengst, wie er hier ist. Das war schön. Uh. Saven. Das war gut. So, obere Verstärkung abgehakt. Oder eher so, abgeschnitten. So, nun müssen wir nur nochmal umgucken, ob hier irgendwas Gutes liegt. Ansonsten runter, nach draußen, wegmachen, fertig. Aha. Gehen wir auch rein. Da wollen wir auch rein, okay. Speichert haben wir schon. Aufladen, rein da. Ich wusste, ich hab gedrückt zu schießen. Gab man den nicht. Ja, ich weck mich am Arsch. Ich sag ja, die sind nicht die Hellsten. Ach so, hier ist der Anzug. Sehr schön, da ist der Anzug. Sehr schön. Die Gasmaske, noch ein Anzug. Ah, nimmt er noch einen mit? Oder war das nur der Voranzug? Okay. Was für Locked. Hier ist kein Locked. Gemein. Wir dürfen noch nicht rüber. Wir müssen immer das Fragezeichen machen. Fuck, hier blinken. Ich aber auch. Oh, da ist so. Mehr Filter. Okay. Kommt die auf da durch durch die Tür? Oder wird das nur ein unendliches Ding sein? Da oben ist nichts offen. Ist auch eine Fortbewegungstechnik, ey. Oder Taktik, ey. Jawohl. Teile deponieren hier. Zack, los. So. Machen wir ein bisschen Munition wieder. So. Ja, passt schon. Nee, nee. Ich lasse es mit mehr aushalten. Filter ist noch in Ordnung. Ich glaube, da wo wir hingehen, natürlich wird es da wahrscheinlich mehr brauchen, aber scheiß drauf. Deswegen mache ich nochmal ungefähr 19. Vielleicht finden wir ja noch welche. So. Speichern werde ich erstmal nicht. Weil ich möchte ja nicht auf einmal irgendwie vielleicht was falsch gemacht haben, weil dann gehe ich noch nicht durch die eine Tür. Guck mal, hier ist... Hier ist nicht mal ein Schloss. Boah, ich rutsche die ganze Zeit. Hui. Fuck, hat mich da jemand gehört gesehen oder was? Nee. Komm, 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 komm. Komm, komm, schaffst du. Da komm ich hin. Sag mal. Geil, Alter, ey. Zack, Junge. Eine Kugel. Zack. Eine Kugel. So, Sniper-Ficker weg. Tent ist noch einer. Eine Kugel. Können wir noch mehr? Hammergeil. Müssen wir sogar. Ein Upgrade. Oh mein Gott. Magazine. Ups. Nee, macht nicht los. Schnell hinsetzen. Ah nee, es geht gar nicht. Müsste wieder runter, ne? Oder doch, 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 doch. Das geht. Sturmgewehrschaft. Okay. Komisch, dass man ihn dann hier so findet. Okay. Easy, Boys. Nice, 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 nice. Boah, schön. Nicht mehr jedes Mal nachladen wie ein Verrückter. Down. Boah, die FPS ist gerade so am Limit, aber... ...sollte noch reichen. Also man merkt so am Bild wahrscheinlich, wie immer die FPS immer droppt, ey. Wo man so viel halt... ...auf dem Bild hat. Aber beim DLC zieht das mehr als in der Hauptstory, merkt man. Am meisten in die Richtung, weil da so viel halt ist wegen... ...Schatten, Rauch, Grünzeug und, und, und. Wally, Iwan, wally! Easy, Boys. Äh, hör mal auf, du. Öh, grüß noch. Ja. Fuck. Äh. Okay, ich glaube, der Laser ist schneller da als das Visier manchmal. Wunderschön. Hallo, hallo. Okay. Ja. Hm. Ah, moin. Schöner Schossen. So. Kann man dann überhaupt da langfahren? Ich glaube, das sieht irgendwie nicht so da raus, ey. Aber auch wiederum schon, ey. Hm. Das ist nur ein Baum. Will nicht runterfallen, ne? Okay. Ich glaube, anders geht's wirklich nicht. Ist halt nur Scheiße, muss ich sagen. Ich will unbedingt das eine mitnehmen. Gut, das ist ja nur ein bisschen, äh, Verbesserung ist ja jetzt nicht so wichtig. Aber ich würde es trotzdem gerne finden. Gut, dann, wir müssen dann halt die ganze Zeit ohne Safe-File spielen. Das heißt, rüber, spielen, spielen, spielen. Vielleicht ein Boot finden, schnell eine längere Kurve fahren und dann nochmal extra wiederkommen. Wenn das nicht geht, muss ich sogar gefühlt bis hierhin zurückladen, auf den Main-Safe, den ich selber gemacht hab. Komplett zurückgehen mit dem Boot. Um da hinzugehen und dann wieder komplettieren. Das ist ja so nervig, ey. Also wirklich, wir... Wieso hat man nicht mehrere Wege? Also ich hoffe, es gibt mehrere Wege. Aber naja. Das kackige Gebäude da hinten, ey. Egal, gib ihm. So, jetzt muss ich nicht mehr leise sein. Endlich mal das Ding hier. Zack. Opa. Ja, Anliegestelle hat man hier sowieso nicht. Hopp. Hopp. Bomben schon wieder. Bomben schon wieder. Minen. Mein Gott. Hört nicht auf. Da ist es. Da mit der. Drinnen. Da unten. Oh, knapp. Danke dir. Immer wieder diese Spinn-Gausch. Die sind schon komisch. Als wenn die in der Nähe wären. Oh. Keine Reparatur nötig, obwohl wir ein neues Magazin reingetan haben. Weil sonst ist ja immer gefühlt jedes Teil beschädigt. Ich weiß nicht, was man neu rein tut. Na gut. Barm Junge. Okay. Ah shit, ich wollte gerade saven, ey. Angewohnheit. Vorsichtig durch. Und wir haben jetzt gerade gecheckt, dass wir noch hinten nicht können. Oh, ich hoffe, hier ist ein Boot. Da geht es eh nicht lang. Solange es nicht bliebt. Einfach durch hier. Aha. What the fuck ist das denn? Piss dich. Piss dich. Der ist schon wieder. Wow. Was zu looten? Weg mit dir. Weg mit dir. Junge, ich hätte gerne Schotti. Boah, leicht. Boah, leicht. Schön, die Leichen absuchen. Der kommt. Ficka. Jetzt reinget es auch noch. Okay, hier sollte das anscheinend noch nicht nötig sein, aber... Weg. Okay, noch. Okay, Mollis, Mollis, Mollis. Von wo ich sie den Schwarm nicht... Oh, fuck. Aber diesmal macht er jetzt Hechtsprünge. Finde ich ja schön. Ich glaube, ich sterbe gleich an den Fledermäusen. Ein Medikit noch. Zu viel. Nachladen. Nachladen. Linke Seite. Piss dich jetzt. Das Vieh ist nervig. Meine Muni geht zur Neige. Boah. Bloß Messer, 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 Messer. Boah, E-Spam. Jawohl, Junge. Weg damit. Holy shit. Er versucht noch zu fliegen. Bam, er legt, Junge. Level up. Drecksvieh. Am Anfang des Levels schon auf die Eier gegangen. Puh. Okay. 100% tot. Ja. Sehr schön. Jawohl, auf die Flügel ab. Ja, okay, gut. Jetzt ist es vorbei. 100%. Schön zum gleichen Ort wiedergebracht, wa? Ja, ungefähr. Das ist durch. So. Da lang. Gut. Okay, irgendwas hat hier gequillt. Ach dann. Boah, ich habe das Gefühl, wir können echt das Ding nicht mehr kriegen, oder was? Ah, ich merke schon. Je näher wir kommen, desto mehr kommen die kleinen Standardviecher raus. Ich sehe die nicht. Irgendwo weiter innen. Mhm. Ja, da hätten wir nicht durchfahren können. Häftig. Na gut. Bin ich jetzt nicht... Bin in den Post wie Headshot, immer One-Shot. Der Shally hilft echt gut, ey. Holy shit. Dann kommen die nicht alle auf einmal auf dich zugehörnd. Weg damit. Mehr Sicht. Noch mehr Munition. Ach come on. Ich habe gerade ausgezogen. Das ist echt scheiße. Okay. Oh. Hier, ohne Scheiß. Das war der erste. Aber rum. Ne, ich traue dem hier nicht. Aha. Mine. Mine. Wo genau. weiter rechts fuck, bin ich daneben gegangen da oh mein Gott ja, er sagt genau das, was ich gerade dachte kann ich nicht looten was ist das denn? ich will zurück, ok da ist nichts ok nein, nein, nein warte, einen Moment machen wir lieber so, so sehen die uns nicht trotzdem müssen wir aufladen falscher da vorne ist was shit natürlich sind da noch mehr ja, ich tauch ab hier was ist hier los? oh, ganz ruhig ne, jetzt nicht ok, das ist alles Schmutz um die Bombe herum nie, mein Gott das wird jetzt ein Running Gag die bis zum Ende des Spiels wahrscheinlich nicht kaleidoskop vorgestaltet ok f*** meine fucken hier, Ficker muss mir die jetzt herstellen jah Eine Maske muss hier schnell durch. Ja. Mino, oder was? Ja. Ich könnte das nutzen. Die Minibase, oh, finally. Ah, und so hat er sein Klo gemacht, auch not best. Danke dafür. Ja, die da kann ich nicht mitnehmen. Schwulen. Danke. Boah, 134 Schuss. Gib her. Und das Tape. Nein, du lenkst, ich weiß, es ist easy. Ja. 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 Das ist ja, wie du willst. Und du bist. Kapitän, der ist nicht einfach, der wird. Du wirst? Das ist einfach so. Und du bist, und du bist, und du bist. Und du bist, und du bist, und du bist. Aha. Wie sieht man, dass Klint von Tome hängt, und du mit mir? Aber wir schauen uns noch. Was du schauen? Ich schaue dich. Ich schaue dich. Er schaut doch mal an! Nur wegen dir, Sparrow! jawohl kann man auch mal 5 bei uns nicht das haben wir nicht gefunden gut dann bin ich jetzt zufrieden ah dürfen wir noch nicht das wird ein bisschen schwer alles auf autosave zu spielen naja gut so wieder raus hier hell geworden das ist gut weg damit so wie gesagt das schaffen wir leider nicht mehr dahin schade ich finde es jetzt nicht so schlimm weil da ist halt nur ein mini upgrade da ne oder ein ein upgrade noch mehr ne filter da geht ihr das ist jetzt nichts darfst du spucken da hinten ne hier ist nichts mehr da kommt die helden kommen da raus schießt viel zu langsam das selben ding hat zwar mehr damage ich habe das slo muss fack fack okay komm mal raus na egal wenn nicht dann nicht Gut. Also haben wir eigentlich nur zwei Gebäude verpasst, halt, ne? Genau. Was reden uns denn noch eigentlich als Waffen-Upgrades? Nur, dass wir ungefähr wissen. Ein Schaft hierfür könnten wir noch woanders finden. Ein Lauf hierfür, ein Visier, ein Magazin. Aber das Beste haben wir eigentlich schon. Das ist also ein bisschen mh. Gleich einen längeren oder eine andere Variante davon, aber ansonsten, boah. Ist jetzt nicht so schlimm oder wichtig. Klar, hätte ich gerne hingegangen, aber es wäre so ein Umweg wieder geworden, von ganz unten mit dem Boot zurückfahren, dann wieder da zu Fuß komplett drüber gehen, nur um da einmal anzukommen und dann muss man genau den gleichen Weg nochmal rum. Boah, holy shit, ey. Finde ich halt schade. Also ich hoffe immer noch, ich kann mich halt nicht erinnern, ob man hier noch einmal kurz irgendwo hin darf, weil das ist halt scheiße so. Aber ich glaube, hier wird man wahrscheinlich abgeholt vom Käpt'n dann. Oh, was war das? Was war das? Das Schöne daran ist aber halt nur zwei Salben, ne? Okay. Geh mal ein bisschen weiter rein. Oh, wieso wird's rot hier? Achso. Ich dachte schon, ey, Inferno oder so. Schnell durch. Nee, ist uns nichts. Hopp. So. Tag, auf hier. Also, ich weiß nicht, dass ich die Hände schaden. Du hast, die Mutanten, wie die ganze Hände schaden. Ja, ich bin weg. Ja, gut. Ich weiß gar nicht, wie ich mit der Hände schaden habe. Haha, ich bin froh, dass du helfen kannst. Du hast, mein Kostüm, Mann. Danke, jetzt werde ich ihn verletzen. Geh mal, ich schade. Ah, aber die Frage ist, was die Viecher waren uns dann oder gar keine. Aha, was für eine Bestie. Wie gehts? Auf der richtigen Ziel kann man auf der Wendung kommen. Der Tunnel ist in der Flügel veröffentlicht. Aber es muss man ein paar Wörter öffnen, so dass es sich um die Inhalte veröffentlicht wird. Habe den Plan. Hier ist alles, was die Leute herausgefunden haben. Die Erde aufbauen. Wir legen uns nach unten. Wir nehmen dich an Bord und gehen auf den Weg. Ja, davon habe ich genug, du. Ja, aber ich wollte gerade sagen, die normalen, die mir auf die Eier haben, jetzt auch noch das. Oh. Ich glaube, jetzt bringt mir nichts dieses leise Gewehr. Ja. Ja, ich lade kurz auf. Geben mir kurz eine Minute und dann mache ich auch noch den hier. Denn wir brauchen jetzt nichts mehr leises hier. Hier wird volle Pulle jetzt aufgefahren. Zack. Genau. Das nehmen wir mit. Ja, wir haben schon fast kaum mehr von denen ein. Aber dafür haben wir ja gesammelt, ne? Ich höre sie jetzt schon. Fuck off, ey. Okay. Okay. Suck. Don't suck. Das ist gut, Herr. Der ist ein Licht? Jetzt gehen wir in den Generator. Wir müssen uns hier nicht mehr machen. Entschuldigung. Was ist das? holy shit verbesserung damit die maske nicht kaputt geht ich habe schon verstanden was wir sagen jetzt wahrscheinlich durch umbauen damit die maske nicht schnell kaputt geht so stellen wir mal ein bisschen munition glaube ich mache so viele ich kann von denen jetzt nicht so schnell kaputt geht weiß nicht wie viele sind herkommt nehmen wir ich glaube in dem abschnitt sollten wir das auf jeden fall machen gut dann würde ich sagen auf geht's ne rechter durch kann ich nicht lass mich raten ich muss dadurch ne aber wir haben das auch geiler ja ja genau ihr kommt schon raus scheißviecher fucking hell piss ich jetzt super dass es so langsam weg brennt weißt du so dass man sich erschrecken kann da sollen wir nicht rein verstanden okay kleiner bastard oh ne Junge immer das ende das beste für mich am ende ne mhm fangen wir erstmal mit dem bomben man dann ist einer boah schloch ey sehr schön jawoll schöner counter ey 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 nicht fliegen das ist gut eine salve killt die normalen mhm so und durch da kann ich auf? ne kann ich nicht gerade da soll ich nicht rein standen ne äh jungen bustart ich hätte das eigentlich erwartet aber kaum verzögert so ne scheiße eş hä äh äh hh hahaha fucking haha So, ich habe ein guter Gehirn gemacht. So. Okay, okay, okay. Jetzt. Mach alles super. Nice. Ab hier wird nicht nice. Ich sehe schon, wenn man so eine schwule Tür öffnen muss, ey. Dann geht es richtig ab, wa? Boah, okay. Aber ich weiß, dann machen wir genau hier einen Stopp, damit die Folge nicht zu lang. Gut. So. Save and fuck it. Scheiß auf den Spielstand. So. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.